Willkommen zurück zu Gran, jetzt war ihr kleinen Freuen nach dem Spiel, das ich in den letzten Tagen verdrängt habe aufzunehmen, weil ich einfach mal Lust auf andere Sachen hatte. Aber hey, ihr habt ja sowieso nicht da unter zu leiden. Ich nehme ja immer so viel im Voraus aus, da kann ich auch mal ein bisschen nicht aufnehmen. Aber egal, wir wollen Aira verfolgen, die Auge von Weimar und die Kirche jagt sie auch und blablabla, alles Böse und was soll's, auf zum Geheimen Garten. Äh, pass auf den Weg, als wir ihn dorthin finden und wieso rede ich so komisch? Ich weiß es nicht, ich versuche irgendwie lustig zu sein. Nein, tue ich eigentlich nicht. Steh ab in den Garten. In den Garten der Träume. Ja, was habt ihr denn heute so Schönes geträumt? Ja? Ja, nur Riodo, die anderen beiden können hierbleiben. Ähm, ähm, nein. Okay? If you say so, Melenia, und... Du bist sicher, dass sie... Mysterious, was? Fischer. Deaths. Ja, rein damit. Rein mit uns. Das wird Spaß, ich hab' ich das Gefühl. Hier ist wieder so ein Siegel, noch mehr. Das ist das gleiche, was wir auch letztes Mal schon gesehen haben, ne? Immer noch chicken, ja! Und jetzt, dass ich den ganzen Weg von diesem Dungeon zurücklaufe, wo wir auch schon mal drinnen sind. Und da gibt's dann noch einen anderen Weg, weil hier waren ja schon mal drinnen und haben hier gegen diese Augen gekämpft. Ich muss ernsthaft zurück, den ganzen Dungeon durchqueren, nochmal, schon wieder. Oh weh, chicken, ja, verfällt der Hysterie. Jo, ne? Wenn ihr meint. Yay! Diese ekelhaften Dinosaurier, die mich ankotzen. Literally. Literally. Also die Burks sind besser. Süßer vor allem. Bam. Wir essen gerade als Juuuuuhuuuus. Bum, 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 bau, 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 bau. Bam! Aber nur ein Bücher. So, mein Kopfhörer leise drehen. Das kommt mir heute so laut vor. Uh, Chink hat empfindliche Ohren. Zum Glück ist das hier. Wir reden hier aus Zäppel. Ah, kotzig. Kotzig, kotzig, kotzig. Juhu, jetzt waren wir durch denselben Dungeon. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Super, wie ich ja damals bei Rappi aufgepasst habe. Als er mir das Spiel gezeigt hat. Wie sie wieder auf Milenia und Rione raufgehen. Was habt ihr gegen die beiden? Also wirklich. Was soll denn das? Was? Was vor allem im normalen Angriff, ne? Wobei, du wirst jetzt wahrscheinlich eh von Wohren gecancelt. Oder einfach vorher von denen, die er gekaut hat, weil sie muss ja nicht hinrennen. Sie ist ja Fernkämpferin. Hast du auch schon wieder vergessen, Chikon? Chikon, warum machst du das? Ich weiß es nicht. Egal, du sagst. Echt mal. Die Gegner sollen sich mal mehr anstrengen. Doch diesmal nicht, Milenia. Und, wie kräftest du an? Milenia. So viel dazu will ich Milenia und Rione, ne? Komm, du bist näher dran. Habe ich eigentlich jemals Purple Lightning gemacht? Mach es einfach jetzt. Generell habe ich noch vieles nicht benutzt. Noch nicht. Naja, aber... Jedenfalls kommt ein Bosskrab, weil wir ganz viel benutzen. Was ist, es wird einen Bosskampf geben? Naja, ich sag's mal so. Gegen das letzte Teil von Weimar, das das erste war, haben wir auch gekämpft gegen die Zunge, ne? Erstmal heil. Ja, sehr schön. 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 Hat er toll gemacht. Super. Noch mal über hier durch. Immer wieder und immer weiter und immer mehr. Was zur Hölle. Ich hoeslash eigentlich schon mal? Ich erinnere mich nicht, obwohl. Doch so ein Reilzauber. Ist auf jeden Fall ganz hoher Itemchance. Nice, nice, nice. Nice. Harte. War ich dem Ding mal aus? Vor allem, Isagi Ryudo, er soll nach links laufen. Was macht er? Er läuft nach rechts. Um den Gegner herum. Ah, was zur Hölle. Anstatt einfach rückwärts zu gehen. Diese Ausweich-KI, ne? Kann man das überhaupt so nennen? Ja, Seed of Life. Ryudo, was soll das? Wer weiß es nicht. Er ist merkwürdig drauf. Du sagst, er ist Trahan. Ich denke, bei dir auch noch was Neues. Ja, das Ding. Falls du es nicht gesehen hast. Vor allem diesmal wird Millilion nicht angegriffen, ne? Immer noch in your face, Double Cancelled. Willst du Rohan angreifen? Mein süßen kleinen Rohan. Nichts da. Nichts da. Aber Marek Senpai, sie möchten doch genotist werden. Ja, dürfen sie aber nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Noch mal rückwärts durch diesen Dungeon laufen. Ja, super. Huh, Tick beschwert sich. Mal wieder dieser typische, wir greifen mir in den Jahren. Äh, jetzt hattest du nicht wohl noch Ryudo als Target? Jetzt habt ihr alle gegen Melenia. Melenia! Ah, ich glaube, die mögen dich nicht. Du kannst nicht so weit laufen, oder? So schnell. Los, cancel die ihn. Doch nicht, denn... Mist. Er misst! Da wird Melenia kassieren. Äh. Doppel- und dreifach. Doch, er hat noch... Verteidige, Mädel! Verteidige! Hey, du geht ja noch Melenia! Alter! Seid ihr denn für welche? Reicht Ryudo, um es zu finishen? Also... Ne, Rohan. Der reicht. Ach komm, weiter safe, I'm sorry. Und du packst als Rache dein Burning Burning aus! Burning! Mittagessen! Yay! Du-du-du-du-du! Noch so'n Hüpfel-Ding-Döns! Wie... Können die mich da nicht... Ne? Verbündete... Begegnung! In den Teltsteilen! Wir sind alle einzeln kommen! Was schicken möchte von 20 Monsterhorden angegriffen werden? Na bitte, war schon immer mein größter Traum! Nicht! So! It snowed last night! Eigentlich nicht, gestern war voll das krasse Gewitter! Throw Buddy! Ist doch nicht dein Buddy thrown! Böse! Aufhören! Mir wird nix gethrowt! Kommt schon gar ein Millenia! Äh, komm da hin! Hm... Rown werde ich jetzt wahrscheinlich eh abknallen! Dann gehst du auf ihn! Es ist ein early Winter! With lots of snow! Yay! 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 Hardly worthy of my notice! Echt ma! Ach so was von! So! Was schicken, ignoriert ihr es denn allen Gegner da vorne? Ja! Tue ich mir, Rumo Village! Okay, ich bin verwirrt! Okay, ich bin verwirrt! Ja! Ich bin verwirrt! Mit dem Thema! Das ist ein Teil! Ich bin verwirrt! Tüfe! Untertitelung des ZDF, 2020